So, dann bohlen wir doch mal. So, alle drei Addons dafür sind am Start, das heißt es kann so richtig rund gehen. Mew Gama. Perhaps you've seen it, maybe in a dream, a murky, forgotten land. Forgotten. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. Now, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. I can't stop feeling so to grinsen. BAU! Untertitelung des ZDF, 2020 Like a moth drawn to a flame Your wings will burn in anguish Time after time For that is your fate The fate of the cursed Yes! Go to the house! Yes! No skates! 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 hallo sagt gesicht Was ist die Ruckus? Oh mein! Your face! The face of the curse. It's an undead. The undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows pray upon men. Feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Scheint sehr echt gemütlich da zu haben. What is your name? So. Warte mal, ich weiß, was wir machen. Ach, das muss ich jetzt... So. Wir heißen... Mechthild. Dude. At least you know your own name. Here's your reward... Thank you. For sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back. Deep into your past. Yes. It's an effigy of you. Soooo... Oh 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 oh. ille hullanan. Yes. Wie war das nochmal? Bei Deprived hab ich... mehr Spielraum. Spielraum was die Stats angeht 16 Agility, das ist echt krass ich wollte ich habe in meinem ersten Playthrough also ohne Addons habe ich ein Strength Build gemacht was eigentlich ziemlich idiotensicher ist, aber ich habe Angst dass ich das jetzt verkacke, wenn ich wenn ich ein Agility Build versuche 12, 12 wir machen es mal wir machen mal ein Night weil ich will mir das echt nicht versauen das Playthrough die ganzen Sachen sind ziemlich scheiße deswegen Petified Something ach, warte mal das ist ja so, ich kriege direkt was so, ja wie Mechthild heißen muss es natürlich ein Weib sein jetzt wäre das nicht schon geplant ich sehe nichts, weil ach, stimmt warte mal ähm fatze homelands als als ja das ist dann das nehmen wir so, Herr Kala so ähm was dummes ach komm, weiß kann man nichts mehr Fleisch machen warte mal, nee so so Wo? 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 Wie sieht das jetzt eigentlich auch weiß sein? Das sieht ein bisschen blöd aus. Aber der Logik halber... ...zu? Und was denn hin? Achso, ins Gesicht. Was ist denn overall? Age? Kann man so lassen? Hormone? Was? Maskulin? Feminin? Ich sehe keinen Unterschied. Oh, achso. Ich muss das loslassen. Okay, das ist richtig. Mal gucken, was bei Strong rauskommt. Alter! Color ist... Oh, das ist ja echt... Nee, Schnapsnase. Alki-Nase. Ähm... Nee, was? Achso, das hat man schon. Ähm... Ach... Komm. Mehr brauche ich nicht. Die wilde Mechthild. So. Ich glaube... Nee, irgendwas, irgendwas Dummes war da doch noch. Gab's ja nicht. Ähm... Nee, 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 nee. Ich versau's mir so was auch noch. Also, Mechthild... Finalize... ...yep. Aller Leute kommen hier für die gleiche Reise... ... um die Kurs zu verbrechen. Du bist nicht anders, ich würde denken. Nicht mal auf und zu mal lachen, ey. Sie sind alle, die dich abgehoben werden. Oh, ich will dich nicht mehr schocken. Du verlierst deine Säulen. All of them. Wieder und wieder. So, Dragon Talent, das sind die Add-on-Items, nehme ich an. Das Broad Sword, okay. Ich dachte, dass wir einen 2 haben, aber den kann ich auch benutzen. So, zack. Gefällt mir. Dann wollen wir mal los. Ich freue mich auf den Add-on-Content. Da bin ich echt gespannt drauf. Drei Add-ons vollgepackt mit jeweils bestimmt, was weiß ich, drei Stunden. Vor allem, äh, warte mal, was ist das für ein Symbol da oben? Ich soll mir das mal zeigen. Heißt, ich hab kein Schild an, oder was? Danke, dass ich gewarnt werde. Dann wollen wir mal hier rein. Ich grinde einfach. Bei meinem Glück sterbe ich wahrscheinlich. Gleich. Ja. Damage ist ja schon ordentlich. Und... Und die Viecher, ey. Und wieder abkommt. Und die Viecher, ey. Bloß Kernhalte von mir. Oh, zack. Und... 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 Du! Du! Auf. Du! 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 und noch einer ich hätte gerade einen Pfeil von links fliegen sehen aber egal so, ach hier, da ist es Sie sieht aus wie ein Keks übrigens, wie so ein American-Cookie-Leave, das ist die Option. Was kriege ich? Nein, du sollst mir das Item. Das ist auf jeden Fall irgendetwas Heftiges, ob ich da schon die Anforderungen erfülle, wie viel Stärke brauche ich? 50, ach du Scheiße, bin ich aber noch weit weg von. Aber wir haben schon mal eine sehr, sehr gute Waffe, wenn wir den Dings erreicht haben. Die Stats. Weiß ich auch, was ich bauen werde. Stärke, 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 Stärke. Es sei denn, die Wahrscheinlichkeit ist sie groß, dass wir während dem Adventure auf dem Weg zu 50 Stärke vielleicht noch nicht bereit sind. Ich will wissen, was das Symbol da heißt. Das wundert mich gerade echt. Nee, sind wir auch da. Ich gehe mal stark davon aus, was das heißt. Kein Schild, aber... Gut, dass die Einstellungen beim Nummer und ich habe mir das nämlich umlegt auf Kreis, den Sprung. Ach, beziehungsweise Xbox-Controller B. Ich place der... Au! Fuck, da ist es passiert. Scheiße, Mann. Springen ist echt zum Kotzen in diesem Game, ey. Moment. Ich war gerade am Leben. Da war das Schildsymbol und die Dings wurden anders gehalten. Irgendwie... Das ist das Schwert. Ich bin da reingegangen. Die Kampffaltung war auf jeden Fall anders. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut. Vielleicht, dass wir nicht so viele sehen, aber... Ich meine, haben wir gar nicht. Beziehungsweise verhältnismäßig sind das schon viele, glaube ich. Ich bin ja tausende gewohnt von meinem anderen Playthrough noch, aber egal. Was haben wir hier? Das... Ach, ich glaube, das sind die Hinweise fürs Dings. Oder? Nee. Can't break. Das sind nochmal so... Ach so, Moment, da geht's doch weiter. Ich bin mir die Pflanzenge-Technik-Gelb. Ich bin mir da... Ich bin mir da... Ich bin mir da... Ich bin mir da... Hallo... Ach. So ein Invashing-Ding war das. Oh, Mann. Fuck... Von... Wir sind Fackel-Dings-Bums. Naja. Eigentlich, ach, was soll ich denn da? Die paar Ideen. Das ist wirklich so, ich probiere das jetzt einfach aus und waste das Ding hier. Thema Kampfhaltung, beziehungsweise dieses komische Schild-Symbol. Ne. Das... Was? Was war das? Warum ist das so anders jetzt? Irgendeine Art Buff oder so? Aaaaach. Jetzt verstehe ich. Ich hatte... Ich weiß doch nicht, woran es lag, aber ich habe vorhin, äh, wie auch immer, obwohl ich kein Schild hatte, irgendwie hatte ich was geblockt beim Kampf oder so. Habe ich jedenfalls gehört. Bei irgendeiner Stelle im Video war es auf jeden Fall. Vielleicht hat es was damit zu tun, so eine Art Schild, obwohl ich keinen habe oder so. Nein, weiss nicht. So, ähm, da geht's nicht weiter. Da will ich noch nicht hin. Ich will zum Dings-Bums. Ich will jetzt kurz campieren. Sie sind bloß. Wir haben da wollen wir lesen. Nun, bist du... der nächste Monarch? Oder nur ein Paarer der Vergangenheit? Der Behrer der Kurse? Geh das mit dir. Geh auf und sieh ihn, der, der Drangleic gemacht hat, was er damals war, König Vendry. Gibt's da was? Gibt's da was? Gibt's da was? Ähm, ne. Seh ich keine Möglichkeit, hinzukommen. Vielleicht später von oben, aber können wir gleich hochzulaufen. Gänst die Kiste? Hebel. Sack. Weißt du, die sind, äh, hier. Die tragen tonnenschwerte, ach, tonnenschwere Schwerter. Und dann geht's dran, einen Hebel zu bedienen und dann, boah, so langsam die Küppel hier. Total außer Kontext. Ach, human effektiv. Okay, dann hab ich die auf jeden Fall schon mal raus. So, das war knapp, weil ich verstanden. Und jetzt die Seele zum Einpacken quasi. Und wir sind in der Kiste. So, ich hab' den unterschätzt. Ich bin sehr auf Stärke gegangen, konnte ich vielleicht sehen. Jetzt haben wir zugehauen. Die meisten leben ja sterben zwar, sofort davon, aber oft steht man da so ne Ausdauer da und kann nicht wegrollen oder so. Ja, zum Beispiel geht's jetzt mal wehchen. Na, den haben wir auch wieder raus. Noch einen, jawoll. Aber ich hab' immer die Kampfstellung von vorhin, die war viel cooler. So, ich hab' immer nichts. Ah, fuck. Fast vergessen, oder? Fast vergessen, oder? Fast vergessen, oder? Ja, jetzt wär das nämlich ne ewig wieder frei gewesen jetzt. Nicht allzu ewig aber fast. Ach, die sind ja wieder in Abstand. Aber halt so nicht, oder? Oh, genau das passt jetzt, ne Mann. ich glaube alles was ich jetzt habe ist standardmäßig ziemlich weile besser als ich bräuchte am liebsten am liebsten hätte ich jetzt ein schild dann könnten wir den typen der jetzt gleich kommt auch mit dem wer da sitzt aber wenn wir ein schild haben ist das leider noch nicht drin aber null probleme ich erschrecke mich jedes mal na mit denen sollte ich übrigens vielleicht ein bisschen sparsam das bin drei vorhin war kurz hat sehen das ist echt nervig ich habe eine seele und kurzschwert ich will aber wieder runter Ach, kann man sogar safe hier runter. Magic, auf jeden Fall. Da vorne. Hier ist einer. Nichts zu gedacht, ne? Life-Channel. Hier glaube ich. Sack, sack. Hier sind keine. Was ist das? Au, shit. Hier haben wir das Breitschwert. Ich habe wahrscheinlich nicht die Stärkeanforderungen dafür, ne. Und hier wollen wir am besten durchrennen, weil oben einer mit Klicke wirft. Oh, Mann, 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 Mann. Und hier haben wir das Breitschwert. й Aber ab jetzt dann, ja, wirklich geil, habe ich nicht, scheiß, ja, ich wollte gerade sagen, ab jetzt dann nur noch einen nicht, aber das hat sich wohl geändert. Das wäre das ziemlich gut, aber ist ja auch noch eine, das Zweckentfeln sollten wir nicht zu viel von warten. So, Bonfireland. Ist das ein PC oder ein, äh, ja, ist das ein Dingsspieler, aber die brauche ich zum Loch nicht. Ja, das Einzige, was ich von ihm will, ist. Na, so. Au, 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 Fuß angestanden. Oh, das hier will ich ja, so. Und, ja. Hm. Das geht, glaube ich, noch andersrum, scheiß. Habe ich mich hingesetzt? Ja, nein, ich glaube nicht. Das Geräusch hätte ich nur nicht in Erinnerung gehabt. Hallo. Ja, da ist es gemacht. Aber ich glaube, Moment, machen wir das jetzt zu lang.